Am Ende haben wir einfach, ja, es versäumt die Tore zu machen. Ich denke, wir hatten schon sehr viele Chancen gehabt auch und ein oder andere Mal war auch der letzte Plätze nicht da und ja, wir müssen da einfach die Qualität ein bisschen höher halten und ja, die nächsten Spiele es besser angehen. Das große Problem war heute, dass wir nicht gut genug verteidigt haben. Augsburg hatte nicht viele Möglichkeiten, war aber im Gegensatz zu uns sehr effektiv. Wir hätten deutlich öfter treffen können und müssen sowohl mit als auch gegen den Ball effizienter werden. Wir sind natürlich sehr enttäuscht mit dem Ergebnis. Ich finde, dass wir heute eine unserer besten Heimspiele gemacht haben. Wir sind, ja, ich glaube 25 Mal in den 16 Metern gekommen und wir haben viele Torschance, auch eine halbe Torschance, rausgespielt und leider zu wenig Tore gemacht und das fehlt uns jetzt einfach auch vorne der letzte Pass oft oder die letzte Qualität, wie man sagt, auch bekommen wir da einfach. Wir haben die Gegner klar dominiert in vielen Momenten, finde ich, und ich glaube, dass wir zu einfach die Gegentore geschenkt haben an den Ausbruch. Wir müssen es morgen analysieren und dann einfach schnell abhaken, weil, ja, es geht auch wieder Dienstag weiter. Wir wissen, was wir davor geleistet haben vor den, ja, Niederlagen jetzt und daran müssen wir wieder einfach anknüpfen. Natürlich wollen wir in Berlin etwas mitnehmen. Wir brauchen diesen Sieg, um das Jahr gut zu beenden.